die so 18, 20 oder so sind, die benutzen immer noch ziemlich viel Facebook. Oh, hier ist noch mal eine Versorgungsbox. Das ist ja auch mal ein Deckel. Jetzt habe ich noch keinen gehört. Nein. Man kann eine Chaos bombieren. Gibt es nicht mehr Sinn zu lossen. Na dann auch zu lossen. Inner uns geht es ab. Die geben sich eine ordentliche Schießerei. Oh. Gold nach Magen halten. Ja. Zu warten, oder? Hätte ich fast gesagt. Ja, das könnte auch gut sein. Oh, hier ist eine Kasse. Die haben wir geplündert. Die kriegt keiner mehr. Ja. Ja. Oh, Alter. Willst du mich verarschen? Ja. Ach, ich wollte meine Gesundheitswahl noch anpassen. Vergessen. Vergessen. Oh. Moabitu. Ach, geil. Du konntest den Hinweis auch noch nehmen. Ah. Ja, okay. Da hinten war er. Hinter uns. Hier hinten? Hm. Komm langsam. Ah, ne. Ja. Die wollen bestimmt hier vorne zu den Versorgungswahlen. Ja, da ist schon einer. Wo? Ach, ne. Das war eine AFP da rumläuft. Oh, jetzt war der gerade hier Viehzeug aktiv. Und jetzt? Die sind immer noch auf dem Compound. Hm. Oh, hier ist ein Doktor. Das ist schon mal gut. Die schießen da immer noch da hinten. Ich dachte schon, die waren hier. Das hat sich so angehört, als wären die schon fast hier. Ja. Dann klauen wir denen die Versorgungsbox. Genau. Wir bringen die Versorgungszelle dazu. Ich bin neig. die sind immer noch was machen die dort da vorne wurde gerade ein fett getriggert da vorne ist die tür aufgegangen das tor die sind irgendwo da vorne ich höre gerade den gepanzerten einer ist schon draußen aber hier rechts aber einer ist noch links von uns ganz schön zu kämpfen mit dem zieht so ich da will uns mal laufen da kommt da hinten lang ok ja da habe ich gerade noch einen gesehen ich glaube die sind zu zweit ja ich renne immer noch da ich muss nicht ab ein der andere sieht direkt bei mir hat ein hit man diese fucking heile sauber ui die war die fahrt schnell zu ende ja ich glaube da hat einen uppercut aber ich habe auch einen da sein ich hole mal eine fackel den brenn ich ab dem mit dem uppercut jetzt sind ja die nächsten experten gelandet fast vor als wäre der bei dem turm oder so haltet ich habe das jre 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 Schau! Was ist das? Siehst du was? Nee, bis jetzt nicht. Siehst du was? Ja, was machen wir? Richtung Morbiduie weitergehen, oder? Ich glaube, die sind auch weitergegangen. Aber ich glaube, die haben auf irgendein Grund oder sonst was geschossen, aber nicht auf uns. Ja. Scheiße, jetzt bist du ein Händezwinger. Und was sagt das? Der Beutel zur Hand. Ja, findet's gut. Also wieder mal öfters mit dir spielen. Hat er jedenfalls gesagt. Na cool. Er war ja erst Rang 2, als er angefangen hat. Ja. Die Zeiten sind lange her. Oh ja. Wo man noch jung und unbefleckt war. Wo das Spiel noch extrem spannend war. Ich meine, es ist jetzt heute auch noch spannend, aber... Aber wo man richtig Herzrasen bekommen hat, wenn man als einziger noch stand. Oh, hier ist Spezialarmor. Oh, hier ist Spezialarmor. Oh, hier ist so schön. Da ist noch weiß. Ich kann mal meine Giftbombe auf ihn schmeißen. Aber ich habe leider keine Dings dabei. Was denn? Gegen Giftspitze. So. Ich kann mich da reinstellen. Wo ist die Giftbombe? Hier unten. Der ist genau drinnen gesporent. Geil. Ich kann mich da reinstellen. Alter, zum Glück war die Tür zu. Hat er aber noch die Chancen? Ja. Guck mal gerade nach dem Medikit. Kommt der Trottel mal zu mir? Entschuldigen. Das war's. Oh, jetzt ist es gut. Ja. Hier hinten steppt einer. Ja, ist tot. Sehr schön. Aber da ist sein Partner dahinter. Der ist irgendwo hier hinter. Ich schmeiß mal eine Splitterbombe. Er hat eine Armbus. Nichts gebracht. Hier vorne. Hat einen Hit. Was? Der war daneben. Sehr schön. Ich hebe den mir auf mit Looten. Sein Partner würde mich ärgern. Kurz gesehen, nochmal zurück. Zack, Headshot gedrückt. Geil. Mann, ich schieße ganz schön oft daneben heute. Ich auch. Eben gerade bei dem zweiten. Ah, so ein Scheiß. Aber wenn es so lange es doch noch klappt. Ja. Ja. Ich habe nur ein Faust kaputt geschossen. Hinter uns wäre ein Ausgang dann. Oh. Ich glaube, aus Norden, Nordosten. Ich habe gerade was gehört. Ja. Aber bei Nordwesten, also hier in die Hülse am besten nicht reingehen. Ich habe da ein paar Bären fallen platziert. Ah, okay. Falls Gegner da reingehen. Und bei Nordosten, vielleicht sind das dann die, die wir vorhin mal kurz gehört haben. Mhm. Oh, hier rechts. Hier bei mir. Da habe ich gerade einen gehört. Jetzt hätte der gerade Fallschaden bekommen. Ach so. Dieses Ö. Habe ich gerade gehört. Oh. Von Eisenhütte habe ich auch noch was gehört. Mhm. Da kam gerade einen Schuss. Dann schaue ich mich mal um. Mhm. Hast du gesehen? Nur, nur bei Süden sehe ich einen. Okay. Aber jetzt bin ich halt weg. Du kannst ja hier die Tussi looten da hinten. Da kriegst du deine Sicht wieder. Ja. Ich gucke auch mal. Oder? Und? Ich habe noch nicht geguckt. Oh, einer ist hier vorne schon. Der kommt über das Wasser, glaube ich. Hier vorne steppt auch schon einer. Ja, im Wasser. Hat einen Hit. Das war gut. Der hier hinten hat gerade den Emulator angeschossen. Okay. Kommt nochmal. Hier bei 165 ist einer. Na? Ah ja. Hinter dem Ding hat einen Hit. Ist tot. Sehr schön. Da sehe ich gerade keinen. Hm. Ich gucke auch mal. Weil ich es mir leisten kann. Warte mal. Da lag hinter. Hinter irgendeiner Gerätschaft im Wasser. Ach, hier liegt er. Oh, ich gucke noch mal. Oh, der Kapsel ist da geändert. Aha. Gucke noch mal. Nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Ja, gehen wir zum Ausgang, oder? Ja. Ist ja sonst nichts mehr los. Ja. Ich fasse es nicht. Mit der Wettel-Lima wieder was getroffen. Ja, nice. Ich gucke hier vorne noch mal. Ja. Nichts. Jetzt kriege ich das große Zittern. Keiner mehr da. Oh, da hinten wird noch geschossen. Aber weit weg. Ah, da ist auch ein Ausgang. Das ist ein Eis. Sehr schöner zweiter Rand. Ja. Er hat wieder Spaß gemacht. Fortschritt, habe ich irgendwas? Ja. Gewehrstufe 2. Was gibt es? Oh, eine Mosinagant. Meine tägliche. Ich mache mal meine tägliche, weil ich gar nicht was ich machen muss.